. . Ah, die haben Spaß. Oder wir hören Stimmen, das kann auch sein. Ja, das weiß man auch nicht. Man kann sich da nie so sicher sein. Oh, der hat echt ganz schön viel Suppe da... ...geschüttet. Ja, Cranberry-Sauce. Hotel Foxtrot. Okay. Cranberry-Sauce. So ist es also, als mal Kavianer zu spielen. Dass man die ganze Zeit Stimmen hört. Okay. Okay. Gut, okay. Cranberry-Sauce, er hat das Licht versucht auszumachen. Das war sein letzter Akt. Ah, sonst ist hier nix. Gnome! Sie machen die Türen für uns zu. Oh ja, es gibt sie. Gnome, Sie sind wahr. Hallo. Kuching. Ah. Are you the Fleet Food God? Uh, Mercurio. If that's what you mean. Oh shit, you're a Malkavian, aren't you? Damn, that's the last thing I need. I'm bleeding all over the carpet. I can't even understand what the hell you're saying. Das wissen wir selbst nicht so ganz. You need only open your eyes. Now tell me your tail. I got... I went... What is this lump? Is this my rib? Oh holy shit, my rib is poking through my side? I'm all numb. You gotta look and tell me. Reveal your clumsy assassins or I will finish the task. Okay, Einschüchterung. Hippocrates is not my forefather. Was? Doch, forefather, forefather. Who broke you, Mercury? You are a silly dying man. Zwei, oder? Zwei find ich gut. God damn chemist. Can't trust any operators in LA. I verified him. Organizations seem reliable. Guy mixes up speed. His crew sells it. Occasionally does explosives. I set up a drop. I show up at the beach with the money, right? Four of these guys, they come out of nowhere. Junkie pricks. Hit me with a bat. It feels like I got a friggin horse kick in it. I never should have gone alone. Amateur move. I should have handled those pricks. God damn dirty Cali rat bastards. Those cocksuckers. Beat me rotten. Left me for a stiff. I had to crawl to my car. Crawl my ass up here. The vamp blood's the only thing holding me together. But shit. They got the money. They got the astrolite. Do you have the boom boop? Where are the demons who attacked you, Mercury? Your mouth is playing among giants. The prince shall know. Of what blood do you speak? I find it cool, that he also says, ah scheiße, a Malkavianer. Because that's of course other dialogues, as if you played a Booha or something. That's right. Do you have the boom boom? What do we want to do? Yeah, or? The three are also cool. Let's go boom boom. Hold on. You think I'm some amateur? I got that number. Small time sons of bitches live out in a dump on the beach. Maybe four or five of them. The one's got the explosives is Dennis. I got my money too, that prick. Tell me where my feet must travel. Laying in a pool in my own blood and you want friggin directions. Alright, alright. Down the street, in the parking garage, stairs down to the beach. On the right. Those better not be some of my last words. Seems as if I, if the fleet-footed god needs a helping hand. I see. So I must become like the wayward whale and hit the beach. Mercury is not so fleet, so must I be in his deed? Ich find die drei super. Ich auch. Aber eins? Okay. Ah, schon die du. Ich fand's witzig. Okay. I got the boom boom and your gold, Mercury. My assistance may help you greatly. The moon shows the path. This is best taken. Farewell. You were the mottled mantle of failure. Death should have claimed you. Äh, zwei? Äh, ja. Ja. Frag ihn mal, ob wir noch was machen können. If you could... Something just started leaking. I need something for the pain. I shall return with some luminous Mercury. Only the night will tell where I wonder. You deserve the pain that has found you. Ja, wir suchen natürlich was. Ah, one more thing. About the deal. I mean it. You tell anyone about this, I'm dead. I'm begging you. I got a way of getting people what they need. You don't say anything. I can help you out. Very good. Your words will be weighted, Mercury. Äh, wait. Very good. Hiding this from the voices won't be easy. I will try. I'm not here. Okay. Ich find die zwei gut. Okay. Oder? From the voices? Hallo. Won't be easy. Ja. Das impliziert eigentlich, dass du was noch mehr von ihm haben möchtest. Ja, und? Okay. Find's gut. Gute Nacht. Oh, ich kann ihn sogar beißen. Ähm, gut. Wir wollen ihn nicht beißen. Das heißt, wir brauchen jetzt was für die Numbness? Ja. Mein Numbs, mein Numbs. Mein Numbs, mein Numbs, mein Numbs. So, wo ist denn hier das Logbuch? Da. Westlog, the pain, Mercury's need to symptoms of the pain. Äh, wo kriegen wir denn Schmerzmittel her? Hm. Auch in der Bloodbank oder irgendein Krankenhaus? Ja, Krankenhaus. Hört sich gut an. Gibt's ein Krankenhaus? Mal gucken. Äh, Rotlichtmilieu. Was ist das hier? Gallery Noir. Link nach Toriador-Kram. Das ist Parkhaus, von dem man gesprochen hat, glaub ich? Ja. Da können wir nicht rein. Wir haben noch keinen Lockpicks. Brauchen verdammte Lockpicks. Ja, wir sollten vielleicht mal zum Pornshop gehen. Vielleicht hat der den zum Verkauf. Ich weiß es nicht. Ja. Da ist übrigens eine Medical Clinic. Oh. Das riesige leuchtende Schild mit dem Kreuz. Das stimmt. Das stimmt. Okay, einmal dann eben in die Medical Clinic. Ja. Hallo. Mein lieber Freund. Bitte, warte auf deinen Schritt und du wirst dich sehen. Oh. Oh. Wir kriegen... eine Kür für die Krankheit der Schild. Der Spiders Web von Computation braucht Verbrauch. Also bin ich hier. Du wirst mich in der Seite sehen. Mein Freund braucht die Gäste, die ich hier bearbeite. Ja. Hier? Weiß ich nicht. Ja. Okay, geh zurück. Entschuldigung? Nein. Okay. Du siehst mir nicht. Ja. Ich, ich, ich nicht. Doch, ich hab nichts hier gemacht. Aber es ist auch schön um zu zeigen in welche Räumen man kann in welche nicht. Und lass einfach die Griffe weg. Ja. Ah, room one. Ah, ich erinner mich. Ich nicht. Ich nicht. Ein Doktor? Ein Brotter würde es nicht beendet werden. Ah, meine Inhalte... Es tut so schlecht. Ich brauche deine Kleidung. Ich bin zu kalt. Ich kann nichts lesen. Such mal einen Doktor. Hallo. Ich kann nichts lesen, außer Medication. Das wird ein Pain, das zu lesen. Aggressive Feeling. Wir sehen irgendwas mit Medication und Aggressive Feeling. Was ist in der 3? Hallo Doktors. Hallo? Kannst du mich hören? Hallo? Dann kannst du mit ihm talken. Ah, was machst du mit dem Unterleib? Ah, danke schön. Ich bin nicht mehr hier, Herr Eins. Ich bin nicht mehr hier, Herr Eins. Und ich bin ehrlich gesagt, ich habe keine Zeit für mich. Ich bin der einzige Doktor hier, und wir haben zweit als viele Menschen als usualen, und wir haben zweit als viele Menschen Und der kleine Angel ist weiter in die große Black Abyss. Ich denke, du sagst mir über die Frau, und ich höre Sie. Aber jetzt habe ich ein Mann mit einem Bulletin in den Händen, und er braucht mich mehr als sie. Just bleiben mit ihr, und ich werde da bald. Okay. Wir haben eigentlich einen anderen Auftrag. Oh Gott, das macht ja der Kirche. Hi. Kann jemand meine Mutter kenne, bitte? Der Doktor sagt, du brauchst mich. Geht nicht, bevor ich dich rescate, kleine Morsel. Nein, geh nicht. Kleine Morsel. Kleine Morsel? Was ist mit dem Morsel passiert? Taste mein Blut, und sei mir. Dieser kann dir nichts machen. Wollen wir ihr Blut geben? Ja. Ja, geh rein. Guten Appetit. Guten Appetit. Ah. Nicht zu viel. Nicht alles. So ein bisschen. You're my ghoul now. Ach, dadurch kriege ich Menschlichkeit? Welche Leute unmenschlich machen? Ja. You're flesh, man. Rise. My divinity is your salvation. Eins? Ist egal, glaube ich. You... Who... Who are you? Oh... What did you do? What did you do to me? I... The world would be a... Perilous... Perilous poison for well. I am a simple worker. A hospital healer. I only wish... To lessen your pain. Okay, zwei finde ich gut. Ja. Jetzt hast du eins gedrückt. Oh, ist egal. Sorry. I'm sorry. Mein Mic war davor. Who are you? Can I help you with something? Yes. Just passing through. I just need... Some rest. Now. Alles Gute. Schlaf gut. Wir gehen dann mal weiter. Ich hab' ihr geholfen. Nur damit ihr's wisst. Eh. Mach die Tür wieder zu. Mach die Tür wieder zu. Mach die Tür wieder zu. Ach, dann nicht. Das machen die Gnome. Das machen die Gnome, genau. Passt schon. Administration. Hallo. Hallo. Was haben wir denn da? Ein Büchlein. Cemetery runoff congealing at the door. Diese random whispers. Aha. Cemetery runoff congealing at the door. Ja ja, wissen wir. Cemetery runoff congealing at the door. Cemetery runoff congealing at the door. Waaas? Achso. Green geschrieben. Schwachsinn wahrscheinlich. Äh, was? Phlebotomus. Boah. Oh Gott, das ist ja crazy zu lesen hier. Ja. Brauchen wir irgendwas davon? Nö. Guck mal ein E-Mail hier rein. Hacking. Probier mal hacking. CTRL-C. Oh Gott. Ach gut, wir haben... Ja, hacken auf 1. Aber wir haben auch grad ein Buch gefunden. Skill too low. Difficulty 2. Na gut. Guck mal das Buch an. Ja. Ich glaub mit den... Wo kann man denn... I? Ah ja, I. Computers for Grandmas. Sehr gut. Setz und kriest. Können wir das eigentlich machen? Ich glaub jetzt können wir das hacken. Äh... E-Mail. Okay. Lack... Lack... Lackers. Lackers. Ah, natürlich. Football Fan. Äh, enter. Ein bisschen Hilfe. Ein bisschen Hilfe. Ein bisschen Hilfe. Hey Danny. Ich könnte ein bisschen Hilfe hier nutzen. Kannst du auf die Kontrollen Substanz für Morphine gehen? I'm pretty busy right now. Thanks. F-Dog. Da kriegen wir unser Morphine her. Aber wo denn? Äh... Down here. Abstairs. Achso. Ja. Abstairs? Down here? Also, can you go up to... Ja, okay. Stimmt. Ähm... Jo Mama. Auch wieder Fred Dingo. Trust me. No, it's not for my personal use. You bastard. I didn't know... Meine Güte. They were out upstairs. Maybe you can get some in Malcolm's office. Ah. By the way. Your mother wears combat boots. With amnesia. Wieder von Fred Dingo. Oh shit. That's cold. But I'll make you assured to knock before I go in. I'll hate to catch him in the middle of a pelvis extermination. And by the way. Tell your mom to stop calling me. Okay. Ach, ich muss echt kurz schreiben. Na gut. Also, wir müssen in das Office von dem Typen. Okay. Nur noch finden. Wir wollen uns die Stimmen finden. Hier so. Ah. Ah. Pillen nehmen wir auch mit. Ah. Brauchen wir einen Lockpick. Na gut. Wir brauchen echt den Lockpick verdammt nochmal. Ja, wir holen uns jetzt einen Lockpick. Wie bist du denn? Ja. Das frage ich mich auch. Was hast du? Crabnibble. Crabnibble. Gut, dann gehen wir erstmal in den Porn Shop. Ja. Mal gucken. Ich weiß nicht ob der einen verkauft. Stimmt. Aber das wäre jetzt der erste Ansatzpunkt irgendwie. Aha, aha. Hallo Mr. Porn. Oh, hey. What? How's it going? You, um, looking to buy her? Sell her? Ja. I have goods that need your gold. What is your true name, Deathdealer? Do you sell Boomsticks? How much gold for your goods? Ich find auch gut, dass sie immer Gold sagt und nicht Geld. Ähm, I have goods. Nein, wir wollen... Ja, vier, oder? Alright, here is what we got today. Ah, er hat einen Lockpick. Geil. Kosten? 90. Ist der endlos? Nein. Egal, kaufen. Wir brauchen den. Yes. Was hat der sonst noch? Ein Ring. Mhm. Richtige Uhr. Baseballschläger und eine Wrench. Na gut, mach's gut. Easy man. Gibt es eigentlich keine Musik mehr in dem Spiel? Weiß es nicht. Nur noch Geräusche. So. Alter, guck dir das an. Wer die gespannt hat, der hat aber auch was falsch gemacht. Dina? Du krasse Tattoos. Wer bist du? Hey, da. Need a date? Maybe. Hey, Honey. Looking for a date? How much will my purse be lightened? Leitend. Du musst mit jemandem sprechen sprechen. Ich bin nicht hier. Ich frage mich, wie es kostet. Oh. Ich kann nicht oft Frauen machen. Hm. Besonders jemanden, die so süß wie du, Sugar. Ich sag dir was. Wie ist 40? 40? Ich hab'n Zehner. Ich kann den Zehner noch gehen. Ich nenne mich vielleicht doch den Obdachlosen. unternehmen. My purse is too light for your wears. I'm not here. Ich sag dir eins erstmal. Okay. That's too bad. Come back when you've got the money. You won't regret it. My eyes will take in your form another light. Okay. Okay. Bitte nicht hier draußen. Legt's wie ein Hintern frei. Mit einer Drehung. Sehr gut. So. Ja, ja. Das waren die Anfänge der Physik. Ach, Physik-Engine. Super. Dann wollen wir mal hier picken, ne? Ja. Sneak mal lieber. Na gut, okay. rum. Geht das ein Bonus? Ahhhh. Fällt. Difficulty 4. Was haben wir? Nicht 4. Ja, was haben wir 4? Ähm. Wir haben 2. Wo, wo, wo? Rechts an der Seite ist Lockpicking. Ach da. Aber ich mein, das kann man mit dem Bloodbuff noch erhöhen. Perception macht Lockpicking auch, oder? Ne. Was macht Lockpicking? Geh mal auf Lockpicking. Dexterity und Security. Ah und Security. Haben wir beides nicht. Sehr gut. Ja. Und 2 Punkte, oder? Ja. Können wir die ausgeben? Ähm. Es kostet 3 alles. Ja, es kostet 4. Boah. Heieiei. Aber mach mal mit Bloodbuff. Bloodbuff 3 steigert nämlich alle physischen Sachen. Ja. Dex, Stamina und Strength. Um 2. Dann solltest es gehen. Oh. Lockpicks. Successful. Äh. Soll ich den ausmachen? Ah. Geht eh gleich was. Ja, das hält nicht an. Das reicht ja. So. Ah Morphine. Sehr schön. Okay. Mehr muss ich glaube ich nicht machen. Oder wollen wir nochmal... Computer. Mal wieder E-Mail checken? Ja. Geh mal in die E-Mail. Hack. Pana... Panacea. Panacea. Tonight? Welcome. You are free tonight? I thought you could swing by my apartment after your shift. You do still make house calls, don't you, Doktor? I have something that needs to be checked out. Page. Aha, aha. I think she's suspicious. Auch wieder bei P. Bennis. Irgendwas. Do I really have to ask twice? We don't have to do anything if you don't want. But I really do need some help studying for my anatomy test. Please. Page. Guess I'll see you around five. I'm really glad you finally decided to come over. And if you should want me to show my appreciation, you just have to ask. Page. Danke. Good girl. On your way home. Von Trainer. Malcom. Do you think you will be able to get a day off next week? My mother's coming into town on Thursday. I bought a new mattress and some new curtains for the guest room. And do you think you can pick up some donuts and orange juice on the way home for breakfast? Okay. Das war nicht von Page. Nee. Das war wahrscheinlich von seiner Frau. Ja. Von Mrs. Martin. Gut. Wir haben Morphine. Können wir nicht mal versuchen? Ich glaube, das kann man nicht knacken. Achso. Na gut. Aber talk nochmal mit dem Doktor. Mit ihm? Ja. Wir haben gerade interessante Informationen erhalten. Aufstrich. man tut die Einser. Der Doktor mag mit den Doktor mit seinen Doktor spielen? Ist es oder nicht stimmt? Dann hol der Einser. Kannst du sehen, dass ich mit einer Patienten bin? Dein Trina und Paige betrachten Doktors-Storys. Warte jetzt. Was willst du? Oh! Gleich gehen wir aufs Ganze, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin in der Mitte von etwas. Ich muss es später verlassen. Und du wirst mir nie wieder über das sprechen. Lass das Green in deinem Büro, um mich später zu verlassen. Sehr gut. Okay, okay. Wann denn? Wann denn? Also müssen wir später nochmal in sein Office. Gut. Einfach irgendwann später. Der ist. Okay. Ja, machen wir Sneaky und dann checken wir. Aha. You later. Ach, jetzt sind wir einfach da. Ach so. Das ist der Durchgang. Ach, bei der Clubbank. Ah, okay. Ja, gut. Okay. Sehr lustlos. Ja, wir haben erstmal Morphine für Mercurio. Ach ja. Sehr gut. Ich glaube, das können wir ja... Kann man eigentlich... Ach, Game Saved. Okay. Ich wollte gerade fragen. Müssen wir eigentlich nebenbei speichern, oder? Ist eigentlich mit dem Herrn da im Anzug. Kannst du ihn auch ansprechen. Dem hier? Steht aber wie... Ja, Gold. Ja. Das ist auch toll, oder? Verhoben. Oder Ventrue. Wahrscheinlich Ventrue. What time is it? But strings pull you a stranger. Nothing. Nothing. Just waiting for a friend to get off work. He's a police officer. Old army buddy. He should be bringing his dog as well. It's a Rottweiler. Wonderful attack dogs they are. A Rottweiler. What the fuck? Okay. I seem to have lost the gold in my pot. Can you help me refill it? Fortune smiles on you. You will share your rewards. Now! Ich nehme sowieso eins davon. Ja, mit Sicherheit. Aber welches? Ähm... Zwei? Okay. Ähm... Sure. I guess I could spare a few dollars. Here you are. Good luck getting back on your feet. I'll take your time pieces. Haha. Wollen wir auch noch die Uhr klauen? Ja. Heißle. My watch. It's a quantum limited edition. Only 50 made in the world. Quite irreplaceable. It was an anniversary present for my wife. Ja. Und? Consider it... Äh... Mortages? Was? Ach, Mortage. On your mortality. Ja? Ja. Ja. Wir haben's gelevelt. Also... Gut, der hat genug Geld, der Kerl. Der kann das ab. Ja. Haha. A pocket full of dignity is better than nothing. The taxpayers are certainly not getting their money's worth here. Haha. Haha. Gut. What is that on my loafer? Haha. Oh, what is that on my loafer? Ich find seine Art zu reden irgendwie cool. Der ist so schön. Thanks for coming back. What you need? What you need? What you need? Ich will was verkaufen. Do you say Boomsticks? Um. No. Not. Not really. Sorry. Ja. Ah. Oh, was? Storyteller can always spot another. I walk with death, whether or not I carry his implements. Now tell me. Hm. Eins? Eins oder zwei. Eins. You know. You really don't seem the criminal type. Hey, nur der Wahnsinn hier. Oh, jetzt haben wir auch Verführeroptionen hier. Show me your Boomsticks, Death Dealer, oder? Das ist aber auch schon Verführung. Ja. Okay, ja. Aber es geht noch liebevoller. We really need to open up to each other. You first, then me. Yo. Well. Okay. Hey, it's cool. I'm overstocked anyhow. Take a look and feel free to come back anytime. America Merchant. I thank you. Ah. Jetzt verkauft er auch noch eine Knarre. Und ein Messer. Und ein Messer, ja. Ach, stimmt. Das ist auch neu, ja. Ja. Value viel zu viel. Aber. Ja, viel zu teuer. Nee, nicht für uns. Wir kriegen noch 150 Dollar. Und. Haben auch jetzt noch. Ja. Äh. Wo ist denn das mit dem für Goods? What does a wonderful shop of Casa Goods this is? Nee. Can you tell me the lady into her place? Was? Ja, mach mal. Beat me. Santa Monica is dead. I don't know why anyone comes out here anymore. Monica is the lady. How much gold for your goods? Hab ich wieder das andersrum. Was denn? Verkaufen? Ja. Ich glaub, das kannst du da auch. Da oben links. Ach so. Kannst du deine Hände nicht verkaufen. Ich kann meinen Körper verkaufen. Ja, das kannst du machen. Ah. Ich kann Geld verkaufen. Da ist die Uhr. Ja. 60 Dollar? Das ist ein Einzelstück, Mann. Es gibt nur sieben Stück auf der Welt oder was auch immer er gesagt hat. Ja, verkaufen wir nicht. Glaub man kann nichts anderes damit machen. Denk ich auch nicht. So, wir dürfen nur die Pillen nicht verkaufen, ne? Nee, alles gut. Aber was wäre das hier? Light Clothing. Ach so, ich kann meine Klamotten echt verkaufen. Nee, kannst du nicht. Ach, schade. Aber ich könnte meine Klamotten verkaufen. Ja. Na gut, okay. Das gilt als Light Clothing. Also brauchen wir überhaupt eine Waffe schon? Ich würde es erstmal lassen. Iggy auch. Wir können auch prügeln. Wir haben unsere Fähigkeiten auch noch. Wir können Leute bekloppt machen. Aussaugen. Aussaugen. Ansaugen. Wir haben gerade eine Verkauf. Ich wollte gerade sagen. Der steht im Halteverbot. Ich würde ihn abschleppen. Weiß ich nicht, ob das ein Halteverbot ist, aber egal. Gehen wir erstmal wieder zu... Mercury. Ja, geben wir ihm erstmal ein bisschen Mending. Hallo, Mercury. Ich habe ein bisschen Mending. Ja. Oh. 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 Holy Christ. Ich brauch das. Ähm. Ich werde mit der Boom Boom. Ah. Wir müssen... Wir müssen also doch eine Pistole kaufen. Oder für... Explosives. Ach ja, Boom... Entschuldigung, ich bin bei Boom Boom, bin ich die ganze Zeit bei irgendeiner Pistole. Ja, sind Boom Sticks. Okay, ja. Entschuldigung. Maggots love you. Trust me. Solo. Ja, mich mögen Maggots einfach. Okay, wo kriegen wir denn Boom Booms her? Was war... Ach, das war... Das war... Durch das Parkhaus, ne? Yes, ich meine schon. Aber wir haben jetzt Geld für sie. Checkt noch mal... Checkt noch mal das Questlog. Ach ja, man kann ja auch in die Kanalisation. Wo die Nozis sind. Aber ich glaube, das war hauptsächlich... Hauptsächlich die Nosferatu-Gedöns, ja. Wo die Nozis sind. Ja, ich meine auch. Oh, ich hatte damals auch so'n... 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 Nozis-Charakter. Ach ja. Hier war doch auch irgendwas. Wollen wir doch mit irgendjemandem helfen? Kann ich dir helfen? Nur wenn du eine Straitjacket hast. Welche meiner Persönlichkeiten fragst du? Ja, finde ich gut. Okay. Oh. Gleich aufgelegt. Okay, nochmal. May I help you? Oh, ne. Okay, gut. Da. Ne, auf jeden Fall hatte ich einen Nozzi auch gemacht. Und den haben irgendwelche Forscher oder irgendwelche Doktoren aufgegabelt gehabt und komplett auseinander geschnibbelt. Und dann wurde der irgendwann aber wieder zusammengestitcht einfach und dann war er so Frankenstein-mäßig. Hat also überall Narben im ganzen Körper gehabt. War komplett auseinander geflattert. Ah, The Asylum. Aha. Die My Darling. Und The Empire Hiders. Hideous. Ach, Hideous steht da schön mit Scheiße. Da müssen wir wahrscheinlich hin? Ja. Ich will eben mal gucken, was die sonst noch so ist. Wir haben auch noch viel zu erforschen, ja. Ja. Wie ist die andere Seite der Stadt?